Hallo Zebras, hier sind Joshua und Leroy und wir wollten euch mal zeigen, wie wir so ticken. Wir sind bei Wer wird Millionär mit Leroy und Joshua. Die erste Frage bei entweder oder. Mit dem MSV die Klasse halten oder im Weltmeister im Beachsoccer werden? Mit dem MSV die Klasse halten. Wieso? Das ist ja nicht Teil des Spiels, das muss man nur beantworten. Beachsoccer kannst du gar nicht. Ja und, ich sag ja, mit dem MSV die Klasse. Ja ok, weiter gehts, weiter gehts. Eine Woche zelten mit Freunden oder eine Nacht allein im teuersten Hotel der Welt für umsonst? Was ist das für eine Frage, wer geht denn gern zelten? 100% Hotel. Elfmeter in der 90. Minute verschießen oder lieber vor der Halbzeit ausgewechselt werden? Boah, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Elfmeter in der 90. Minute verschießen? Ja, ich auch genau. Und wieso? Vor der Halbzeit ausgewechselt werden schon. Sie ist schlimmer, ne? Ja, aber einfach Elfmeter verschießen kann man ja, kann ja mal passieren. Ja, du hast ja eigentlich den Spielstand gesagt, kann es sein, dass wir 4-0 führen und dann kannst du meinen verschießen. Trash-Talk mit dem Gegner oder ihn im nächsten Moment tunneln? Ihn im nächsten Moment tunneln, das ist cooler, glaube ich. Safe, safe, safe. Zuhause mit Familie Zeit verbringen oder unterwegs mit deinen Freunden? Zuhause mit Familie ist besser. Bist du sicher? Ja, wieso? Lieber tanzen oder so aussehen wie Ruri Gislason? Lieber tanzen. Ja, okay, ja. Dokus über seltene Tiere oder außergewöhnliche Gebäude? Ja, ne, ne, ich nehme lieber Gebäude, weil Gebäude interessieren mich, deswegen. Eher Gebäude, ist schöner. Misslungener Doppelpass oder Misslungener Übersteiger? Misslungener Doppelpass. Wieso? Er sieht nicht so... Ach, dann ist das nicht dein Fehler. Kann ja auch nicht dein Fehler sein. Keiner weiß. Du weißt ja nicht gesagt, wie, wie Müslung der Obersteiger ist. Kann ja sein, dass jemand im Rasen hängen bleibt und hinfliegt. Das ist nicht so geil. Ja, okay. Ja, okay, weiter. Aufregende Karriere nach der Karriere oder entspannter Lebensabend mit 40? Hm, beides was. Aber ich nehme die Karriere nach der Karriere, ja. Was hast du dir da so vorgestellt? DJ. Ist ja nicht mehr so lang. DJ oder so. War nicht schlecht, war nicht schlecht. Ne, mal schauen, ja. Mal schauen, ich habe noch keinen Plan. DJ? Ja, das wäre auch gut. Kann ich mir vorstellen. Aber das kann ich meiner Frau nicht erklären, glaube ich. Einzel- oder Doppelzimmer? Einzelzimmer. Ey, wieso, Mann? Wir sind doch zusammen auf dem Zimmer. Ja, aber ich mag es lieber allein auf dem Zimmer zusammen. Ja, okay. Streiten und Vertragen oder Zeit, halt alle wohnten? Ne, Streit und Vertragen. Ich bin der Typ, der sich dann auch entschuldigt, auch wenn ich es nicht schuld bin. Damit alles wieder gut ist. Er sagt schon alles jetzt. Schlaf, wandeln oder schnarchen? Nichts von beiden. Ja, du musst aber entweder oder, heißt das. Dann schnarchen. Schlaf, wandeln ja nicht. Darf ich auch nicht. Schlaf, wandeln kann auch ein bisschen böse enden. Schönwetter oder Schlechtwetterfußball? Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist was für eine Frage. Schönwetterfußballer, klar. Taktikstunde oder auslaufen? Taktikstunde. Ja? Ja. Kann man was lernen und auslaufen ist ein bisschen langweilig. Okay. Schwarze oder bunte Fußballschuhe? Schwarze. Wieso schwarz? Warum? Ich hasse schwarze Fußballschuhe. Ich mag schwarze Fußballschuhe. Okay, weiter geht's. Sieben gegen sieben oder drei gegen drei? Drei gegen drei. Bin ich besser. Du kannst doch noch. Teilen genug nicht mehr. Ja, aber reicht. Naja, lieber drei gegen drei. Macht mehr Spaß. Teilen oder haben? Um zu teilen musst du ja erstmal was haben. Also nämlich haben. Teilen oder haben? Haben. Trainerliebling oder ewiges Talent? Ne, Trainerliebling nicht. Dann schleifen. Ne, dann lieber ewiges Talent. Trainer ein Bierchen bringen und so. Ne, ne. Ewiges Talent also. Ja, dann lieber ewiges Talent. Nichts von beiden, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann ewiges Talent. Textnachricht oder Sprachnachricht? Textnachricht. Ich mag nicht die Sprachnachricht, die die Leute schicken, drei Minuten lang. Dann habe ich drei Minuten Zeit, um mir Sprachnachricht anzuhören. Essen gehen oder selbst kochen? Essen gehen. Ja, ich bin der Essen-Geher. Schön lecker essen. Ist ja teuer auf Zeit, oder? Ja. Ja, ne? Ja, zur Zeit ja nicht. Jay-Z oder Drake? Drake. Wieso? Besserer Rapper. Aber ich glaube, Jay-Z hat mehr erreicht. Ja, kann sein. Aber zur Zeit finde ich einfach die Musik besser von Drake. Deswegen. Babygeschrei oder 1000 Meter Läufe? 1000 Meter Läufe. 1000 Meter Läufe So ist schlimm, oder was? Nein, aber 1000 Meter Läufe sind jetzt nicht so schlimm. Ein Babygeschrei kann schon auf die Nerven gehen. Über eine gewisse Zeit. Entweder gegen mich spielen oder mit mir spielen. Gegen dich spielen. Wieso? Ein leichter Gegenspieler. Das haben wir auf Kamera jetzt. Okay. Guardiola oder Mourinho? Hm. Von Spiezi Guardiola? Vom Typ her aber Mourinho? Nein, nein. Eins von beiden. Nimm die Guardiola. Ich bin dann Spiezi. Ciao, genau. Messi oder Ronaldo? Auch schwierige Frage, aber ich bin eher Messi. Ich bin ein Talent-Fan. Naja, das war's dann schon, ne? Die Fragen sind durch. So. Schalke oder Dortmund? Boah. Boah. Boah.